Hi Freunde und Herzlich Willkommen hier bei Anshigaming, Flo wieder am Start, heute gibt es ein weiteres Video, wir wollen es heute, ihr könnt es sehen um die Fantasy Foot Karten einmal kümmern, genauer gesagt um die Upgrades, die jetzt endlich in FIFA 22 am Start sind, die ersten Upgrades, die können ja weiterhin noch geupgradet werden und die wollen wir uns heute gemeinsam hier in diesem Video anschauen. Bei Foot Bin kann man das wunderbar machen, bei Players, Dynamic Players und dann bei Fantasy einmal reingehen, da können wir das jetzt wunderbar einmal auch die Ingame Stats uns vergleichen. Außerdem das Karten Design komplett neu, bevor wir rein starten bei dieses Video, lasst gerne wieder Liebe da, 5 oder Likes hier raus, lasst uns die so schnell wie möglich voll machen, Dankeschön für euren Support, gerne auch eure Meinung natürlich reinschreiben in die Kommentare, lasst mich gerne mal wissen, welche Karten von den geupgradeten habt ihr bei euch im Verein und wen kauft ihr euch jetzt, vielleicht sogar nach dem ersten Upgrade, vielleicht direkt in euer Team rein. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und wenn ihr heute Abend wieder dabei sein wollt, frischer 19 Uhr Content und die nächsten Tage, morgen geht es los mit der neuen Captain Promo, dann gerne natürlich auch ein Abo da lassen, das Ganze ist kostenlos. Ja, wir starten rein, heute wieder Doppel-Upgrade am Start, heute Abend 19 Uhr Content in Bezug auf den Donnerstag, ich bin auch wieder gehypt, mal schauen was ansteht, gerade zur Captains Promo, ich bin sehr, sehr hyped auf das Ganze. Also, Fantasy Foot, Upgrades sind da, die ersten und so bekommt Dembele direkt erstmal ein Plus 2, ein Plus 2 Upgrade und das schauen wir uns jetzt hier an, wir sehen erstmal Pace, beides auf 99, sowohl Antritt auch auf Spindgeschwindigkeit, Plus 1 bzw. Plus 2 auf die drauf. Schuss, ein Plus 2, ja also quasi eigentlich wie es auch Overall Stat ist, Plus 2, auch hier auch Schuss einmal drauf, wir sehen das Ganze ist eigentlich kontinuierlich durchgezogen, das Ganze genauso beim Pass Stat sehen wir auch, wichtig da Free Kick Accuracy jetzt auch im Grün oder Richtung grünes Bereich gehen, aber vor allem jetzt hier die 99er Stats, die natürlich interessant sind. 99 Antritt, also das wird geisteskrank, wir können auch gleich mal preis-leistungsmäßig anschauen, ob der ein oder andere gefallen ist, da habe ich mir auch schon eben kurz ein paar Kleinigkeiten gesehen. Einige Karten sind Richtung nach unten gegangen, preislich, andere sind aber auch wieder nach oben gegangen. Sieht sehr, sehr sexy aus, die Karte, Ausdauer jetzt auch Plus 2 auf 89 hoch, Rashford noch kein Upgrade, dementsprechend auch noch kein Karten-Design-Upgrade, hier haben wir jetzt quasi die abgegradeten Versionen, gelbe Schrift sozusagen, rotes Karten-Design und jetzt Ericsson am Start, ja mit dem Plus 2 Upgrade, mit dem Sieg und auch mit der Torbeteiligung für den Offensivmann und guckt euch das mal bitte an. Ich glaube, das hier ist ein bisschen Fail, war das vorher schon, also das kann ich mir nicht vorstellen, hier muss ein Fail vorliegen bei anderer Spielgeschwindigkeit, 85 Pace war niemals das hier, das muss von der Base-Card übernommen worden sein, ich glaube die anderen Stats auch, oder? Ja, für mich sieht das gerade so aus, für mich sieht das gerade so aus, als wäre hier ein bisschen Fail am Start, aber wir sehen auf jeden Fall, ja auch hier im Plus 2 Upgrade, überall ist eigentlich durchgezogen, richtig geile Karte, gucken wir uns gleich auch nochmal kurz an, Ericsson, richtig geil, aber wir machen das jetzt mal gerade direkt und dann gehen wir auch kurz zu Dembélé, dem einen Upgrade, guckt euch das mal an, 5,1 Millionen jetzt hier am Start, ey, es ist wirklich geisteskrank, fast gleichgegeben, leicht nach unten gegangen, aber eigentlich preislangstummäßig, ja identisch und was sind das bitte für Upgrades, jetzt eine 97er ZOM-Karte mit einem Deadeye, Basic alleine, auch schon sehr, sehr gut ausgelegene Stats, also das ist wirklich der Cheat-Code schlechthin, Christian Ericsson haben wir jetzt hier am Stand, auch der mit einem Basic 95er ZOM Deadeye, sieht auch sehr, sehr gut aus, Engine kann man auch überlegen, also je nachdem, wie man das spielt, 4 Sterne, 5 Sterne, sehr, sehr geile Geschichte, freut mich sehr für den. Also das sind die ersten zwei Upgrades, wir gehen weiter runter, es geht weiter mit Lukas Mura, auch er mit einem Plus 2 Upgrade, was wir hier am Start haben, auch Pace jetzt auch beides auf 99 und wie gesagt, ein weiteres Plus kann er eher noch bekommen, da müssen wir dann weiter abwarten und ihr wisst gar nicht, wie häufig ich tatsächlich bei Instagram, bei Twitch im Livestream-Chat oder, oder, oder Nachrichten bekommen habe, wann, wann endlich upgraden sich die Fantasy Foot-Karten, ja, Freunde, jetzt ist es am Start, deswegen mache ich auch das Video, damit ihr alle Bescheid wisst in Bezug auf Upgrades und ihr feiert jetzt generell, insofern bitte ich jetzt hier für euch am Start, ihr seht aber auch hier, alles Plus 2, Jumping war schon auf 99, hier ein Plus 3 auf Ausdauer, was wir hier sehen, das ist sehr, sehr gut, Plus 2 auf Aggression, dann nochmal und auf alles andere, soweit ich das gesehen habe, gut, Ball Control auch, Plus 3 sehen wir hier, oder Plus 3 Reactions, wichtig, und bei unterschiedlichen Balance war schon auf 99, geisteskrank, Coutinho noch nicht, Nani auch noch kein Upgrade, Plus 1 dann auf den Jimenez, und, ja, der hat ein bisschen mehr Pace am Start, okay, alles wunderbar, aber das ist natürlich wirklich geil an den Karten, maximales Plus 3 Upgrade, was sie da kriegen können, und das, was wir bis jetzt hier gesehen haben, sind wirklich monsterhafte Boosts, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Schreibt mir gerne mal rein, wen von euch, oder welches Upgrade von euch, ja, am besten ist, von den Spielern, die ihr im Verein habt, lasst mich das gerne mal wissen. Aber, damit geht es weiter, der war im Mini-Release hier am Start, er hat ein Plus 1 bekommen, hier auch alles groß und, ja, eigentlich alles diesbezüglich Plus 1, hier sind wir, glaube ich, keine einzige Ausnahme, wenn wir das Ganze runter scrollen, ne, sieht nicht so aus, also hier ist wirklich alles identisch, Plus 1, Stones hat noch kein Upgrade, Gelson Martins, oh mein Gott, Freunde, über den müssen wir sprechen, den habe ich auch bei mir im Squad am Start, 99 Anteil, 99 Sprintgeschwindigkeit jetzt am Start, wir haben außerdem 94 Volleys, Schuss, meiner Meinung nach, trotzdem noch auf jeden Fall ausbaufähig, Pass haben wir dann am Start, 99 Curve, dann haben wir, das ist es jetzt bei Dribbling, hatten wir schon 99 Antritt, 99 Balance, da jetzt nochmal das Upgrade, auch die jeweiligen anderen Stats, 98er Dribbling, haben wir da am Start, und dann haben wir unten sowieso die 99 Ausdauer am Start, also was willst du da mehr, und dann die 5 Sterne Skills, glaube ich, war es geisteskrank, also das wirklich ist, ist das noch erlaubt, ist das noch erlaubt, Freunde, den Spieler tatsächlich in FIFA zu spielen, also das, da muss ich wirklich los, das ist wirklich ein Cheatcode schlechthin, Caligiuri, die SBC, die ihr hoffentlich alle gemacht habt, ich habe ein Video gemacht, und ich habe euch gesagt, Freunde, macht die SBC, die habe ich auf jeden Fall gemacht, er bekommt das Plus 1 Upgrade, und auch er mit einem, ja, guten Upgrade, wir gucken uns das ingame-mäßig an, ihr seht es hier, auch nochmal ordentlich was bekommen, auf Schuss, auf Pace, auf Passen, dann haben wir das Dribbling Upgrade, und auch hier, wirklich attraktiv, eine gute Karte, die schon eh Allrounder-mäßig war, für so eine günstige Squadbuilding Challenge, 4 Sterne, 4 Sterne, eine richtig geile Geschichte, könnte sowohl offensiv, als auch vielleicht was defensiver, also Rechtsverteidiger auf der rechten Seite, in der Dreierkette, ja, also, quasi als Außenverteidiger, aber es ist, es ist wirklich, ein Allrounder, was das angeht, gefällt mir sehr, sehr gut, Pidizic, die SPC habe ich nicht persönlich gemacht, aber auch er bekommt das Upgrade, ein Plus 1, und auch hier sehen wir wieder, monsterhafte Boosts, monsterhafte Karte, mit richtig geilen, attraktiven Stats, Ausdauer könnte noch hochgehen, ist er erst bei 86, da hoffen wir dann Richtung 90 gehen, dass da was kommt, Gabel Martinelli, leider noch kein Upgrade, Tonali ebenfalls nicht, vielleicht die SPC hat er auch gemacht, Van de Beek, auch noch kein Upgrade, mit Klostermann, mit einem Plus 1, dann durch den Sieg, gegen den BVB, ihr seht es, ja, leider kein Clean Sheet sozusagen, Mahlen hat er ja noch das Tor geschossen, auch der bekommt nachher noch sein Upgrade, aber auch hier, attraktive Karte, mit der Pace-Aufteilung, vielleicht ein bisschen irritierend, aber nichtsdestotrotz, eine gute Aufteilung, Reaction Step müssen wir mal gerade schauen, jetzt auf 90 hoch, perfekt, und dann Dev und Physis, alles da, was man braucht, sehr, sehr geil. Dann haben wir Antonio, auch er mit einem Plus 1, auf die 89 jetzt hoch, vielleicht habt ihr den auch am Start, ihr seht hier einmal den Boost, Heading Accuracy jetzt auf 99, 99 Jumping, auf 96, sorry, 99 Jumping am Start, und alles andere fühlt sich auch sehr, sehr attraktiv. Alexandro und Bamba noch keine Upgrades, die lassen wir außen vor, und Mahlen jetzt, den habe ich persönlich auch gemacht, mit tatsächlich 98 Pace, mit einem 91er Schuss, und das ist auch wirklich, also die war nicht teuer, die SPC, die hat man einfach mitnehmen müssen, war in Ordnung, er hat nur drei Stellen im Weekfurt, aber er hat jetzt hier das Upgrade, und die Wahrscheinlichkeit, dass er, ja wirklich diese drei Upgrades kriegt, also mindestens zwei kriegt er noch, ich glaube auf die 90 geht er auf jeden Fall hoch, vielleicht sogar auf die 91, das wäre wirklich nicht schlecht, dann wäre das auch eine richtig gute Karte, mit der man mehr als gut arbeiten kann, das Einzige hatte ich schon damals gesagt, Composure, da hoffe ich natürlich auf das Plus 3 Upgrade, 84 ein bisschen niedrig, im Vergleich zu den anderen Karten, die wir sonst so am Start haben. Simon aus den Objectives hat noch kein Upgrade, Kammerwinger auch noch nicht, Inaki Williams dann ebenfalls mit einem Plus 1, jetzt hier auch wunderbar, 99 Sprintgeschwindigkeit, 99 Pace im Allgemeinen, 98 Antritt wird auch noch hochgehen, müssen wir weiter abwarten, auf weitere Upgrades, aber auch hier eine geile Karte, mit einem allgemeinen Plus 1 Upgrade. Sissoko und Pedro haben noch keins, dann haben wir Alvarez am Start, gucken wir da auch kurz drauf, der war ja auch im Mini-Release, ja, ich denke aber an sich eine uninteressantere Karte, im Vergleich zu den anderen, aber er hat auch gute Physis hier am Start, ja, und für die Liga auf jeden Fall eine gute Karte. Merino, den habe ich persönlich auch am Start, guckt euch das an, 84 Pace, 84 Schuss, jetzt 86 passen, 89er Dribbling, 86er Def und 86er Physis, ja, auch eine weitere Allrounder-Karte, die jetzt noch mehr Allrounder am Start ist, gefällt mir auch gut, Reaction jetzt bei 91, Ball Control bei 91, gute Dribbling-Stats, gute Def, gute Physis, eigentlich Gutes auf alles, also da, dem fehlt wirklich an gar nichts, und das war jetzt erstmal ein Plus 1, 90 geratet, kann er noch werden. Torwart dann interessant, habe ich euch schon gesagt, dass der Reaction-Stats, unabhängig davon von der Base-Karte, nicht mehr geupgradet wird, egal wie hoch, wie high-geratet die Karte ist, insofern Jose Sarr, uninteressant. Atal auch noch nicht geupgradet, Lo Celso, Rodrigo auch noch nicht, und dann haben wir wieder aus der Bundesliga, Hinsapi, wo wir auch mal ausgesprochen, von Leverkusen, Pace ein bisschen Upgrade bekommen, Plus 1 Upgrade ist da, von der 86 auf die 87, ihr seht es auch hier allgemein eigentlich ein Plus 1, wenn ich hier jetzt großartig nichts übersehe, und dementsprechend, ja, eine weitere richtig geile Karte. Madueke, Medina, Odria Sola, Balde haben noch keine, Vertongen auch noch nicht, Sirigu kommt denn da noch eine, ja, da unten haben wir den Silberstar noch, also Sirigu auch nicht, Roussillon, Coa auch nicht, und dann haben wir noch, stimmt, Mijaila war auch rausgekommen, auch noch kein Upgrade, aber der Silberstar, Palmer Brown, jetzt mit 80 Pace, auch ein Plus 1 Upgrade, auf die 72 jetzt hoch, und das für eine Silberkarte, sieht auch gut aus, 90er Reaction-Stats für den Sohn-Innenverteidiger, sehr, sehr, sehr gut, 91 Strengths jetzt am Start, die Stärke ist da, also dementsprechend, ja, massive Upgrades, von oben bis nach unten, auf jeden Fall am Start, einige können noch folgen, und wenn die nächsten Upgrades anstehen, dann werde ich auf jeden Fall weiter, ein Video machen, wir können auch Upgrades-Only hier anzeigen lassen, dann werden wir nur die Upgrade-Karten angezeigt, ich werde euch auf jeden Fall wieder, ja, auf jeden Fall offen halten, wenn die nächsten Upgrades am Start sind, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, gerne die Glocke aktivieren, gerne auch heute Abend wieder einschalten, mich würde es freuen, euer Flo von Archie Gaming, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, Dankeschön für euren Support, und wir sehen uns dann heute Abend, beim neuen Video, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.